Das Rettungsteam und ich kommen endlich wieder auf die große Leinwand. Jupiter hat ein Upgrade bekommen und hat nun coole neue Funktionen, die dem Rettungsteam helfen. Schnuffi hat immer noch seine Beobachtungskammer. Unsere heldenhaften Tiere sind zurück mit einigen neuen pelzigen Freunden. Wer wohl das begehrte Dinoabzeichen erhält? Erlebt fünf brandneue Abenteuer der 15. Staffel, noch vor TV-Start. Haltet euch fest, Pfadfinder. Spaß und Aufregung erwarten euch. Feuerwehrmann Sam, tierische Helden, nur im Kino. Was immer dich bedroht, der Rettungsdienst hilft dir in der Not.